Und dann gibt es Christen, die haben diese Idee, wenn mein atheistischer Freund oder mein muslimischer Freund einfach nur eine Begegnung mit Gott hätte, wenn Gott ihm irgendwie erscheinen würde im Traum oder so, dann würde er sich überzeugen lassen, wenn er eine Begegnung mit Gott hätte. Aber lass mich etwas verraten. Auch wenn ein Atheist die spektakulärste Begegnung mit Gott hätte, es würde nicht garantieren, dass er gerettet wird, dass er tatsächlich an das Evangelium glaubt, dass er an Gott glaubt. Lukas 16, Vers 31, da sagt die Bibel, Erber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Siehst du, es gibt Leute, die könnten buchstäblich die Auferstehung Jesu Christi mit ihren eigenen Augen sehen, sie würden sich trotzdem nicht überzeugen lassen. Warum? Wenn sie auf Mose und die Propheten, das heißt auf das Wort Gottes, nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Warum ist das genau dasselbe, ob sie nun das Wort Gottes hören oder ob sie die Auferstehung Jesu Christi selbst mit ihren eigenen Augen miterlebt hätten? Nun, weil das Wort Gottes Jesus Christus ist. Also ja, Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott, um gerettet zu werden, aber lass mich dir etwas verraten. Wenn sie das Evangelium hören, dann ist das ihre Begegnung mit Gott. Ja, aber wenn sie einfach Jesus sehen würden oder ja, Atheisten, die daherkommen, zeige mir doch Gott, wo ist denn Gott, zeige mir doch Gott. Solche Leute sind ganz einfach nur dumm, du solltest nicht darauf hereinfallen, das sind Leute, die nicht gerettet werden wollen, deswegen sagen sie das. Und dazu sage ich später noch mehr. Aber sie haben eine Begegnung mit Gott, wenn du ihnen das Evangelium predigst. Denn wenn wir beim Seelengewinn jemandem das Evangelium predigen, dann haben diese Leute buchstäblich, ich rede hier nicht symbolisch, ich rede hier buchstäblich, haben sie eine Begegnung mit Gott. Und dadurch, dass wir ihnen das Wort Gottes predigen, dass wir ihnen Jesus Christus predigen, Jesus Christus ist das Wort Gottes, das Wort ist Jesus Christus, das ist ihre Begegnung mit Gott, das ist ihr Wunder, das sie erleben. Aber wenn sie nicht gerettet werden wollen, dann werden sie nicht gerettet. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber Anselm, was wäre, wenn ein Atheist das wirklich ernst meint? Wenn er wirklich an Gott glauben würde, wenn er einfach einen eindeutigen Beweis sehen würde? Wie sollten wir darauf reagieren? Was würde Jesus tun? Nun, ich zeige dir aus der Bibel, was Jesus getan hat in so einer Situation. Und hier ist das Ding, diese Atheisten, die daherkommen, wir zeigen mir doch einen Beweis für Gott, die meinen das nicht ernst. Denn jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Aber dazu später mehr. Aber was hat Jesus getan in so einer Situation? Matthäus 12, Vers 38, da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Jesus war kein Apologet. Jesus war kein Apologet. Jesus hat es nicht nötig, sich selbst zu verteidigen. Das Wort Gottes hat es nicht nötig, sich selbst zu verteidigen. Sondern das Wort Gottes ist der Beweis, dass es Gottes Wort ist. Jesus Christus ist der Beweis, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus muss nicht irgendwie ein Zeichen zeigen. Denn hier ist das Ding, die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten sowieso, dass er der Messias ist. Sie wussten sowieso, dass er der Sohn Gottes ist. Jeder Mensch weiß sowieso zumindest, dass es einen Gott gibt. Mindestens das. Das ist das Ding, der Sohn Gottes ist. Das war's für heute.